Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Rad. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ist das Tempolimit hier echt so hoch? Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020